Für mich ist die Klappe ein wahrhaftiger Award. Warum? Die meisten Awards sind mittlerweile Maschinen. Das heißt, sie stellen sich selber als Marke in den Mittelpunkt, die Arbeiten sind gar nicht unbedingt gewertschätzt. Sie kommerzialisieren ihren Award. Das sehe ich bei der Klappe überhaupt nicht. Ich finde, dass die Klappe sehr gut mit den Einreichungen umgeht, sehr hart mit sich selber ins Gericht geht, die Jury, von dem, was ich beobachtet habe und sehr faire und auch richtungsweisende Bewertungen abgibt. Insofern derjenige, der bei der Klappe einreicht, profitiert von der Einreichung, weil er valides Feedback bekommt. Und insofern finde ich die Klappe ein Seismograph, wo die Trends und wo die Strömungen gerade hingehen.